Ja, ich bin die Sophie Wenninger, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Köstendorf und spüle bei der Annette Weber Klavier. Ich spüle halt meine eigene Komposition, Sout du Meur, das heißt Stimmungsschwankungen. Dann spüle die Gnossienne, Nummer 1 und dann spüle ich Merry-Go-Round of Life. Ich bin 15 Jahre alt, ich bin 15 Jahre alt und dann spüle mich an die Komposition, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020